Hey und herzlich willkommen heute zu einer zweiten Mordvorstellung am Ostermontag, Freunde. Und jetzt gibt es ein schönes Traumteil, ein John Deere 7930 vom Nefarius 88. Das U-Modell kommt aus dem LS13, glaube ich, und liegt beim Ghostio. Ja, ein sehr schönes Gerät mit vielen Funktionen, mit Frontlader mit dabei, mit Farbwahl und optisch ein wirklich schmuckes Teil. Wir schauen uns das gleich mal im Shop an. Ja, Bild aus dem Spiel raus, kein Problem, 165.000 der Preis. Das liegt vielleicht daran, dass es das Ding mit 290 PS, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr neu gibt. 280 Euro pro Tag, Unterhaltskosten, ansonsten die Standardbeschreibung. Der H480 Frontlader kostet uns 12.120 bei 65 Euro täglich und passt zu Traktoren bis 230 PS. Na gut, passen jetzt nicht ganz die Beschreibung, denn wir haben hier 290, aber egal. Gut, schauen wir uns dann natürlich den John Deere an. Der John Deere ist, so wie es aussieht, absolut fehlerfrei. Deswegen mal wieder wirklich Dankeschön dafür, dass man hier die Lok einfach nicht vollhaut mit unnötigen Fehlerchen. Passt also. Optisch, Freunde, gibt es hier wirklich fast nichts zu bemängeln. Sehr schöne Reifen von Michelin, die wirklich nicht verpixelt sind und wirklich richtig weich aussehen. Wirklich schön gemacht. Dann haben wir traumhafte Felgen, die kämen wir vom 85-30. Ich glaube auch, das Modell, Grundmodell ist das 85-30. Deswegen kann es doch sein, dass das Modell vom Ghost CO ist und dann also ein LS-15 Modell ist. Wir haben Radgewichte natürlich. Die Heckhydraulik ist Wahnsinn. Die ist wieder echt traumhaft gemacht, Freunde. Da sieht man auch, dass das Grundmodell hier wirklich vom Ghost CO ist. Das ist nämlich ein Modell, ein 3D-Modell, das es in einem Detailgrad gibt wie kaum Mods. Das ist brutalst. Einen schönen gelben Akzent ist dann der Oberlenker. Ein LS-Kennzeichen. Hinten natürlich auch die Leuchten. Warentafeln haben wir dabei. Ein paar Verpixelungen, wenn das Licht an ist, beim Auspuff. Aber überhaupt kein Ding. Ja, was auch schön ist, ist eine sehr scharfe 47-30-Schrift. Wirklich super. Die Journierschrift hier oben ist in Ordnung und der Streifen ebenso. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen heben, damit ich da drunter kriechen kann. Vorne Arbeitsscheinwerfer dran. Die Fronthydraulik natürlich einklappbar. Viele Details, vieles per EC-Steuerung möglich. Von außen lässt sich hier leider nichts machen. Also alles, was wir brauchen, ist also innen drin. Der Green Star ist mit dabei. Hier oben ist noch eine Linie, die ein bisschen ungenau ist. Farblich merkt man jetzt vielleicht, dass die Schnauze nicht ganz so hochauflösend ist. Oder farblich angepasst wie der Frontlader oder wie der Rest des Traktors. Da sieht man immer unterschiedliche Grüntöne. Fände ich cool, wenn das noch ein bisschen besser abgestimmt werden würde. Dann würde mich das echt freuen. Ansonsten, wie gesagt, der Moller rühmt sich selbst nicht mit seinem Können. Deswegen ist das allemal in Ordnung, was hier abgeliefert wird. Wie gesagt, das Grundmodell ist halt absolut der Wahnsinn. Gut, schauen wir uns den Traktor von innen an. Wie gesagt, mit dabei ist also der Frontlader. Den können wir auch gerne mal abklappen, damit wir uns das Ding mal mit einer ganzen Pracht anschauen. Was lustig ist, Rückwärtsgang geht nicht allzu schnell. 10 kmh. Schön langsam, schön geschmeidig. IC-Steuerung, Freunde. Jetzt wird spannend. Wir haben die Möglichkeit, die Lenksäule zu schließen. Also einfach im Prinzip das Lenkrad hochzuklappen, runterzuklappen. Zum Aussteigen dann ganz praktisch. Die Tür links lässt sich ebenfalls öffnen. Hinten die Heckscheibe. Das Heckfenster lässt sich öffnen. Denn wir haben oben zwei Funktionen, die heißen Zusatzscheinwerfer aktivieren. Das sind hier diese beiden Scheinwerfer an der Fronthydraulik. Die lassen sich dann auch gleich wieder wegmachen, wie ihr es sehen könnt. Und schon sind sie weg. Dann haben wir noch dabei hier die Rundumleuchte Nummer 2. Die können wir nämlich auch hier anschalten. Und schon ist die zweite Rundumleuchte da. Perfekt. Ja, und dann haben wir natürlich noch weitere Funktionen. Hier ein Terminal können wir schließen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass sich hier einfach das Licht hier ausschaltet. Ja, dann haben wir noch hier die Warning Signs, die sich hier ebenfalls entfernen lassen. Frontleaderschutz kann man hier entfernen. Der vorne hier beim Gitter dafür zuständig ist, dass da nichts drauf fällt. Saatgutschlauch ist eine Alternative für eine Saatbit-Kombi, wo man vorne den Saatguttank hat. Diesen Starti-Dinger finde ich derzeit eigentlich nicht notwendig. Wenn es mal einen Mod gibt, wo sowas passt, dann ist das ganz cool. Frontladerkonsole lässt sich auch entfernen. Und natürlich eben auch noch die Fronthydraulik ausklappen, einklappen. Also allesamt, muss man sagen, ein sehr, sehr schönes Modell. Wirklich traumhaft gestaltet. Jetzt schauen wir uns nochmal die Funktionen an. Blinker funktionieren, Rundumleuchten funktionieren. Licht ist auf LS15-Standard gebracht. Sieht wirklich traumhaft aus mit den schönen weißen Lichtern. Habe die Ehre. Da hat man wirklich was geleistet, Freunde. Es gibt noch die Möglichkeit mit Numpet 9 die Radgewichte hier anzubringen. Ich finde das ganze Ding ohne Radgewichte eigentlich fast schöner. Und ja, Freunde. Deswegen haben wir es eigentlich auch schon fast. Schauen wir uns noch kurz die Locke an. Die Locke ist auch fehlerfrei. Perfekt. Machen wir noch einen kurzen Soundtest. Man hat auch Indoor einen anderen Sound, einen leiseren Sound. Spiegel funktionieren. Wird schmutzig, Reifenspuren. Alles natürlich Standard. Höchstgeschwindigkeit sind 60 kmh. Halleluja. Und der Sound ist wirklich richtig kernig. Also das muss ich sagen, Freunde, ist ein kleiner Überraschungstipp. Ein kleines Highlight. Zu Ostern muss ich mich wirklich sehr bedanken für diesen Mod. Geile Sache. Vor allem, es gab viele 79, 30 und viele waren einfach nur Schrott. Bei dem stimmt wirklich alles. Ich kann hier bis auf minimale Umfernheiten der Textur nichts Negatives feststellen. Möchte hier wirklich 5 Sterne geben, Freunde. Das hat der Mod wirklich verdient. 290 PS mit Frontlader dabei. Passt alles perfekt. Feine Lenkung wirklich. Also alles perfekt. Auch der Hebel hier vorwärts-rückwärtshebel lässt sich halt wirklich noch bewegen. Ist animiert. Lenkrad passt alles. Die Inneneinrichtung ist generell wirklich hochauflösend. So was sieht man wirklich ganz selten. Außer da oben ist ein bisschen was für Pixel. Aber absolut, absolut im Bereich, wo man sagt, das gibt es fast nicht, dass es das nicht gibt. Und von daher 12 Tonnen Leistungspower, Freunde. 510 Liter hat der Tank übrigens noch. Ganz spannend. Da geht einiges rein. Ja, es ist wirklich ein Traumgerät, Freunde. Dafür hatte ich seine 5 Sterne verdient. Macht's gut. Das war's mit dieser Mod-Verstellung nochmal. Danke für diesen Mod. Echter Geheimtipp von mir. Macht's gut. Servus.